Hallo du, hallo Annabelle und hallo meine Süßen, hey heute Forschungsnotizen, ich wollte euch erklären, woher die Forschungsnotizen kamen, ja, ich kann nicht singen, ich weiß, ihr müsst mir das nicht drunter schreiben, ihr könnt das aber drunter schreiben. Ähm, so, meine Katze wurde gestern loyal, hui, und wir haben noch den letzten Erzge- besorgt, was wir halt gebraucht haben, Skrebs hat noch kein Essen bekommen, denen geben wir wieder einen Apfel. Und wir gucken mal hier. Nö, warum seid ihr noch nicht durch? Warte mal. Ach, da, doch. Sie sind theoretisch durch, okay. So, dann ist das auch fertig. Den Hafenkran haben wir gemacht. Ich wollte euch jetzt noch zeigen, Forschungsnotizen, wie kann man die Fabrik verbessern, ist mir nämlich letztes Mal aufgefallen, hier können wir Forschungsnotizen einballern, indem wir optimieren, die Leistungsfähigkeit. Und das da auch. Und ich habe mir Forschungsnotizen geholt, ich weiß gar nicht, kann man das? Uh, man kann das wirklich. Ja, und ich wollte euch heute zeigen, woher gibt es denn diese Forschungsnotizen? Uh, da vorne steht sogar derjenige, den ich es abgeben wollte. Ist es Nora? Oh, feil. Annabelle, ähm... Können wir alleine reden? Ich wollte was Wichtiges sagen, ich liebe dich. Du bist der Einzige für mich. Fühlst du dasselbe? Do you, do you feel the same for me? Meow. Oh, ähm... Oh. Jetzt hat sie mich hier hinten hingeführt. Nein! Wie komme ich jetzt hier weg? Nur meine Katze lässt mich nicht im Stich. Oh, ich hatte Angst, dass ich mir ein Heiratsvertrag war. Ich will eigentlich nicht so untreu sein. Ja, ich will der Gas. Außerdem hatte sie Dates mit Alu. Was soll denn der? Scheiß. Okay, ich kann mich darüber nicht aufreden. Ich hatte schon mit ihr eine Date. Aber ja... Aber ja... Hm... So. Okay, hier drinnen können wir es abgeben. Ach, gib mir die Kohle. Guck mal, wie viel Kohle wir bekommen haben. Ja! Ah, das freut sich mein Herz. Ein riesiger Ballon. Was ist das? Die sind alle nicht so viel wert. Ja, ich mache einen riesigen Ballon. Ist das den, den man bauen muss, oder...? Oh, mein Gott. So. Wir holen hier wieder Blümchen. Für jeden Tag. Wir gehen so den Weg durch, um sie hier abzupassen. Heya. Geh mal kurz hier rein, weil ich will gucken, ob Merlin hier drüben ist. Hm. Dann können wir ihr nämlich auch Datendist schon mal geben. Gerne. Außerdem, wenn wir hier reinkommen, habe ich immer das Gefühl, dass die Leute eher auch reingehen. So, Petra ist hier. Und ich zeige euch jetzt, woher es diese Forschungsnotizen gibt. Guck mal. Hier. Da liegen sie einfach rum. Und können gegen... Oh. Unser Datendist. Gehen zu Neige. Nein! Oh, oh. Wir hätten nicht so viele ausgeben sollen. Aber wir wollen ja, dass unsere Fabrik besser läuft. Dann müssen wir das schon mal machen. So. Ein riesiger Ballon. Ist das der Ballon, den man hier... Heißt Luftballon? Ich... Oder einfach nur ein Ballon. Regenbogenblume. Oh. Oh. Die haben wir nicht. Die müsste ich hier noch sich bauen. Drei Tage. Toll. Ich muss mal die Quest abbrechen. Tut mir leid. Nein. Mein... Mein schönes... Mein... Schönes Geld. Aber ja, wie... Ich... Ich habe keine Ahnung, woher man die noch so bekommt. Wir geben die jetzt auf. Denn... Ja, okay. Beziehung geht dann natürlich auch runter. Blöd. Aber... Ja. Können wir nichts dran machen. Wir müssen jetzt erstmal hier noch reingehen. Und dann können wir das hier aufwerten. Ist das schon Max Level? Oh. Okay. Immerhin. Wir haben nichts umsonst ausgegeben. Dann können wir jetzt nochmal wegen Kristalle gucken. Und denn, würde ich sagen... Ist für heute auch gut. Morgen kriegen wir ja die Kristalle da noch zusammen. Ich weiß aber gar nicht, ob die denn wirklich schon die Kristalle... Doch. Eigentlich sieht man sie ja schon. Oh. Da freue ich mich schon total. So. Und schwupp, werden die Sachen wieder von irgendjemand angeguckt. Weil ich da drin war. So. Also, ich glaube, ich gehe dann nochmal hier rein. Um hier. Obwohl. Ne. Das lasse ich. Das lasse ich für heute. Pferd, bring mich einfach nur nach Hause. Morgen haben wir ja die Kristalle. Wir hoffen einfach mal, dass es so viele Kristalle gibt. Dass ich mir keinen Kopf machen muss. Also, hier gab es leider jetzt keine guten... Also, nicht viele Kristalle. Ich könnte nach hinten gucken. Hier könnte ich nochmal gucken. Blau, blau, blau sind alle meine Steine. Blau, blau, blau ist alles, was ich suche. Wo gibt es die Kristalle denn hierher? Oh man, ich finde hier immer nichts. Hier ist halt so viel blau, aber nichts ist das, was ich suche. Das sind alles nur Kreaturen, die blau sind. Und ich meine nicht betrunken. Ich meine einfach nur, dass... Guck mal, die haben hier auch so eine Art Steine auf dem Kopf. Also, es sieht zumindest so aus. Täuschungsmanöver. Nein. Mann, ey. Ja, wir gehen schlafen. Wir machen es morgen. Morgen haben wir hoffentlich genug Steine für... Weiß ich nicht. Für mich. Genug Steine für mich. Ah, ja. Gucken wir einfach mal. Wir hoffen, dass morgen der Tag ist. Drücken wir die Daumen. Morgen muss der Tag sein, wo ich die ganzen Kristalle bekomme. Drückt mir die Daumen. Und lasst ein Like da. Und empfehlt mich weiter. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja. Bis dann. Und schön, dass ihr es zuschaut. Tschödeloo